Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum ethischen Hacken, naja, nicht wirklich ethisches Hacken. Heute sind wir erstens mal in Windows, schon mal was ganz besonderes und zweitens geht es wieder um Steganografie, was eigentlich nicht direkt Hacken ist, sondern das Verstecken eurer Daten, nicht das Verschlüsseln. Vorsicht, das ist was anderes, habe ich auch schon auf meinem Kanal gezeigt, aber nicht in dieser Serie. Wie gesagt, Steganografie ist das Verstecken von euren Daten, sodass niemand weiß, dass eure Daten überhaupt irgendwie vorhanden sind. Okay, dazu brauchen wir als erstes mal das Programm DeepSound, einfach mal danach googeln oder ihr geht direkt hier, hier oben seht ihr den kompletten Link, könnt ihr einfach mal hingehen und dann hier auf Download und dann könnt ihr dieses wunderschöne Tool downloaden. So, und was dieses geile Tool, jetzt kann es folgendes, wir haben es hier schon mal, wenn es sich nicht aufhängen würde, mein Windows 10 ist leider sehr, sehr langsam, da es in der virtuellen Maschine läuft. Okay, ihr kennt das Windows 10 übrigens auch schon, das ist das, was wir immer hacken. Gut, das hier ist irgendein Ton, also irgendein Lied und so weiter, ist übrigens ein cooles Lied, kann man mal sich anhören, falls ihr es findet. Und ja, was wir jetzt machen wollen, ist, wir haben letztes Mal schon in Bildern irgendwelche Daten versteckt, dieses Mal wollen wir die Daten innerhalb von diesem Lied hier verstecken. Gut, dazu brauchen wir irgendwann irgendwelche Daten überhaupt erstmal. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal ein Textdokument anlegen und da mein geheimes Passwort reinschreiben. Das nenne ich jetzt einfach mal Passwort und ja, schreibe hier einfach mal mein Passwort von diesem PC rein. Ha, mega kompliziert und so weiter und so fort. Und ja, wer weiß, vielleicht sind es ja sogar die Passwörter für mein geheimes Bombenlager. Okay, habe ich keins. Gut, dann machen wir einfach Deep Sound auf, gehen hierher und klicken hier auf Open Carrier Files. So, Carrier Files, naja, wir wollen das Ganze in Sounddateien verstecken. Deswegen Carrier Files sind die tragenden Dateien, also brauchen wir irgendeine Sounddatei. Hier unten steht übrigens auch, irgendwelche Audio Files, CDR, Wave, Flag, WMA, MP3L und APE sind alles gültige Files. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal dieses Lied und jetzt wird gelesen. So, und jetzt haben wir hier eine temporäre Datei hier unten. Gut, und das ist im Prinzip schon alles, was ihr machen müsst. Jetzt geht ihr hier auf Add Secret Files und dann möchte ich die Passwortdatei natürlich verstecken. Da könnt ihr natürlich auch alles andere mögliche verstecken. Ja, und jetzt kann ich hier auf Encode Secret Files gehen. Output, ich kann sogar meine Audio Qualität noch einstellen, ob die hoch sein soll oder low und so weiter und so fort. Aber ich glaube normal passt einfach mal. Und jetzt kann ich auf Encodieren gehen. Ich hätte es ganz gerne als Wave, ja, das ist ganz in Ordnung, weil Wave bedeutet, dass die ganzen Sachen größer sind. Also Wave-Dateien sind standardmäßig schon größer als MP3-Dateien, die sind viel zu klein. Wenn ihr irgendwelche großen Dateien habt oder sowas, dann ist es ein bisschen verdächtig, wenn ihr da irgendwelche MP3-Dateien mit 2 GB habt. Kommt nicht so ganz authentisch rüber. Bei Wave kann so eine 2 GB Datei schon mal vorkommen. Eigentlich auch nicht, aber es kann auf jeden Fall vorkommen. So, und dieses Tool bietet euch jetzt sogar noch ein bisschen mehr. Wir können zwar hier einfach auf Encodieren gehen, dann habt ihr diese ganzen Dateien einfach in eurer Musikdatei drin und könnt sie nachher wieder lesen. Wie das geht, zeige ich euch natürlich. Aber was ihr auch machen könnt, ihr könnt das Ganze hier encodieren. Achtung, wenn ihr es nicht verschlüsselt, also encrypted hier mit dem Haken, dann kann die Datei jeder, also jeder kann diese Datei dann öffnen und lesen und so weiter und so fort. Die müssen nur erstmal wissen, dass die Datei überhaupt existiert. Dann können sie die Datei auch lesen. Aber wenn ihr hier auf Verschlüsseln geht mit AES 256 und dann irgendein Passwort eingebt, zum Beispiel Passwort. Und hier unten dann logischerweise nochmal dasselbe. Dann kann wirklich niemand mehr die Datei lesen. Also erstmal weiß niemand, dass so eine Datei überhaupt existiert. Und das zweite ist, die Datei ist dann auch noch verschlüsselt. Und wer meine Kryptografiereihe verfolgt, der weiß, dass AES wirklich unbrechbar ist aktuell. Und wenn man es mal hochrechnet, dauert es so ungefähr 100 Jahre, bis man es geknackt hat. Das heißt, wenn man das Passwort natürlich nicht kennt. Passwort ist ein furchtbares Passwort, das ist ein Standardpasswort, steht in jeder Passwortliste drin. Das heißt, das ist in ein paar Minuten gekrackt. Aber wenn ihr da irgendwelche Passwörter verwendet, die nicht generisch sind, also sowas wie, keine Ahnung, einfach mal wild auf der Tastatur rumhacken und sich merken, was man gerade getan hat, dann ist es wirklich ein super Passwort, weil es zufällig ist. Und dann steht es auch auf keiner Liste drauf. Und AES ist dann eigentlich so gut wie uncrackbar, ohne dass man alle Passwörter ausprobiert, was ein paar hundert Jahre geht. Das heißt, wenn ihr hier eure Dateien noch verschlüsselt, dann weiß zunächst einmal niemand, dass die Dateien überhaupt da sind. Und falls jemand drauf kommen könnte, schauen wir doch mal einfach alle Musikdateien von dem armen Kerl durch. Und er findet rein zufällig so eine Verschlüsseldatei, dann weiß er immer noch nicht mehr, weil er kann sie nicht entschlüsseln. Er weiß nur, dass da was ist. Sehr geil. Okay, ja, ich lasse den Encrypt-Status jetzt einfach mal weg und gehe jetzt auf Encode Secret Files. Output Files has been written to bla bla bla. Und ja, das war es eigentlich. Die Carrier-File wird automatisch direkt wieder geladen. Wollen wir natürlich nicht. Wir wollen uns jetzt erstmal die andere Datei angucken. Die Datei liegt in Dokumente. Hier haben wir sie. Ist eine WAV-Datei, sieht man aber nicht. Hat jetzt 34 MB. Ja gut, WAV ist immer ein bisschen größer, ist ja keine tragische Sache. Es sind ja im Prinzip nicht so schlimm die Sachen. Okay, fällt auf jeden Fall nicht auf. Gut, das heißt, wir gehen jetzt hier, aber wenn wir es wieder entschlüsseln wollen, einfach mal auf Dokumente öffnen. Die Datei, die wird gelesen. Und dann sehen wir hier, bam bam, da ist unser Passwort drin. Size ist kleiner als 0,1 MB. Das heißt, es hat quasi nicht zur Größe beigetragen. Und wir können jetzt hier auf Extract Secret Files gehen. Und dann steht hier One Files, One Files, decoded to C User Square T Documents. Das ist das hier. Und da steht dann mein Passwort wieder drin. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze verschlüsselt hättet, dann wäre das nicht so einfach möglich gewesen. Dann hättet ihr das Ganze nur mit Passwort machen können. Okay, sehr geil. Echt cooles Tool. Läuft leider nur unter Windows, weil es steht hier irgendwo Overview. Es braucht Microsoft.net Framework. Und das gibt es leider nicht so wirklich für Linux. Zumindest nicht zuverlässig. Ihr könnt es mal probieren, da zum Laufen zu bringen. Aber standardmäßig wurde das Tool hier für Linux gestaltet. Okay, vor allem die AIS-Verschlüsselung ist ziemlich useful. Und ja, deswegen kann ich euch das Tool nur wärmstens empfehlen. Gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und liken, abonnieren und so weiter und so fort nicht vergessen. Bis dann, ciao.